Eine wunderschöne Zeit. Morgen und am ersten Feiergang und am zweiten werden wir uns dann wieder in Nürnberg bei uns spielen sehen. Alles Gute, danke schön an euch und alle und unsere Mannschaft auch. Alles, alles Gute, Jungs und ich auch Markus. Bitte machen Sie es. Wir haben uns ab, wir haben uns ab, wir haben uns ab, wir haben uns ab! Guten Abend zusammen. Erstmal möchte ich nur bedanken für die super Unterstützung der Laden. Vielen Dank. Ich kann jede Prustation verstehen und ich glaube, im Moment ist sie da absolut unzufrieden und es ist auch ein einfacher Moment zu schulden und sauer zu sein. Aber ich bedanke mich bei den Fans, bei den Partnern, die voll hinter uns stehen und unterstützen, weil das ist, was die Mannschaft gerade braucht. Und dafür ziehe ich mir diesen vielen Dank. Und jetzt wünsche ich allen, den Namen der ganzen Adler-Familie, frohes Weihnachtsfest. Ein paar bis zum nächsten Tage, da sehen wir uns am 30. wieder. Und eines kann ich euch übersprechen, wir geben Gegner auf. Wir geben Vollgas. Und danke für eure Unterstützung. Wir haben eine kurze Zeit. Wir haben eine kurze Zeit. Es geht endlich nur ein Rückspiel. Sollte, heiße Freunde, ich glaube, jetzt wird es vorbei. Ja, wir haben ein bisschen wieder zu. Aber wir haben uns gesagt. Und es geht weiter. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch alles zu sehen. Tschüss. Und wir sehen uns jeden Tag. Und wir sehen uns jeden Tag. Tschüss.